Silvia Wollny hat elf Kinder und, nach eigener Aussage, 17 Enkelkinder. Eine Rechnung, die die 58-Jährige kürzlich aufstellte, geht jedoch nicht auf. Die Wollnys sind ohne jeden Zweifel Deutschlands bekannteste Großfamilie. Ein Clip, in dem Silvia Wollny ihre zahlreichen Kinder zum Essen herbeiruft, machte sie berühmt. Sogar Entertainer Stefan Raab spielte den markanten Ruf von Silvia Wollny eine Zeit lang immer wieder in seiner Sendung, TV-Total, ab. Mittlerweile hat die kernige Blondine aus NRW längst ihre eigene RTL 2-Sendung. Dort können die Zuschauer, innen hautnah mitverfolgen, wie die Familie immer weiter wächst. Die Wollnys, wie viele Enkelkinder hat Silvia Wollny und wie heißen sie? Erst im Dezember 2022 kam Loredana Wollnys erster Sohn Aurelio auf die Welt. Wenige Monate später folgte Lavinias zweites Kind. Nun warten die Wollnys schon auf ihren nächsten Neuzugang. Denn auch Sarafina Wollny erwartet in Kürze wieder Nachwuchs. Doch wie viele Enkelkinder hat Silvia Wollny eigentlich? 17, wie sie nach Aurelios Geburt in einer Fragerunde auf Instagram verriet. Wer regelmäßig? Die Wollnys, schaut, kennt natürlich Silvanas Töchter Selina Sophie und Anastasia, Kalantas Tochter Kataleja, Sarafinas Zwillinge Emory und Kasai, Lavinias kleine Hailey Emilia und die jüngsten im Bunde, Loredanas drei Monate alten Sohn Aurelio und Lavinas Sohnemann Linus Tim. Mittlerweile müsste Silvia also sogar 18 Enkel haben. Silvia Wollny spricht über ihre Enkelkinder, doch hier kann etwas nicht stimmen. Doch damit nicht genug, denn RTL 2 Aussteiger Jeremy Pascal Wollny hat ebenfalls eine Tochter namens Jolene Melodie, über Silvias Tochter Jessica. Birkenheuer weiß man, dass sie, mindestens, einen erwachsenen Sohn namens Justin hat und Silvias und Dieters älteste Söhne Sascha Wollny und Pascal Wollny haben ebenfalls Nachwuchs, erster einen Sohn und eine Tochter, letzterer sogar zwei Söhne namens Brian und Noah und eine Tochter namens Samantha. Darüber hinaus zählte Silvia Wollny kürzlich in einem Video die Namen Marvin, Finn, Summer und Elias auf. Gut möglich, dass Silvia hier unter anderem die Namen von Saschas Kindern nennt. Darüber hinaus schien sie auch die Sprösslinge der leiblichen Kinder von Harald Elsenbast mitzuzählen, als sie von 17 Enkelinnen und Enkeln sprach.